Musik Kurze Information, alle Torbiergästen sind jetzt in der Karabang, einsehbar, also jeder kann mir wohl nachschauen. Körbiergästen Es geht jetzt weiter um den Kampf, Nr. 106 aus Nr. 2, Nelly Kaminski-Elsi-Hassi-Roma-Hau gegen Leon-Kohle-Ika-Sau-Maßbauer-Heinz. Entschuldigung, Maka-Heinz. Gute an! 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 Kf 107 ... Milan geht jetzt mit den Arztgebörden-Fau gegen Marobiex Marathor für die Sancho-Hamburg. So lasst ihr bei den Kauern. Hey! Was machen wir? Hast du Ball weg? Nein! Alles gut! Ball der Ringen! Antauscht deine Arten! Nicht so! Nicht, nicht, nicht! Recht abgefahren! Rot! Kommst du mal mit sie hier ein Stück zurück? Ja! Geh mal zurück und dann machen wir runter. Ja! 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 Nummer 1 überbracht auf Warte 1, Erik Tietze, Echtsegatzen-Bürgenhauer gegen Enno Kirsch-Karzt in Leipzig. Auf Warte 3, bitte. Ja, das kann man gar nicht haben. Ja, das kann man gar nicht haben. Leonhard, Herr Hetzki, die A-Fuhr-Azure-Karzt-Gene. Schön, wo war die PSG in Deutschland? 9. Darstellende Day'? 5. Schnellende Day. 3. Schnellende Day – Abi, 18 gar nicht mehr, so sollte man gar nicht gleich sehen. Mehr drehen, mehr drehen, in die Mitte rein. 10, 10. Geht weiter durch? 16. 16. Ja, ja. Entschuldigung. Hinten an, alle da. So ist gut. Ostern, 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 Ostern. So ist gut. 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 Noch nichts? So ist gut. So ist gut. Vielen Dank.